Hello! Viele von euch fragen mich immer, was ich so frühstücke, beziehungsweise wenn ich das dann manchmal snappe oder auf Insta-Stories zeige, dann fragen mich immer ganz viele, wie ich das gemacht habe und so. Und genau deswegen gibt es heute ein Frühstücksideen-Video. Das Besondere an diesem Video ist allerdings, dass die Rezepte alle nur aus drei Zutaten bestehen. Meine Rezepte mit nur zwei Zutaten kam nämlich so gut bei euch an, dass ich dachte, wir machen sowas in der Art nochmal. Allerdings muss man sagen, es ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn man drei Zutaten zur Verfügung hat. Dann werden die Rezepte einfach auch cooler und wenn wir mal ehrlich sind, drei ist auch immer noch super wenig. Und die Sachen sind natürlich auch noch mega lecker, aber sonst würde ich sie euch nicht zeigen. Ich hoffe, dass für jeden was dabei und wir gehen direkt in meine Küche. Hierfür brauchen wir einfach nur zwei Eier, dann eine Banane und Himbeeren. Ihr könnt natürlich frisch nehmen, aber ich habe jetzt hier so Tiefkühl-Himbeeren genommen. Beides geht wirklich gleich gut und alles, was ihr machen müsst, ist als erstes die Banane so ein bisschen so zermanschen, am besten mit einer Gabel oder so, das geht eigentlich am besten. Und dann kommen auch schon die zwei Eier dazu und das müsst ihr dann einfach nur ganz normal verrühren zu einer glatten Masse. Das geht auch super, super schnell und wirklich super einfach. Es ist auch nicht wichtig oder schlimm, wenn da so mehrere Bananenstückchen drin sind. Also das wird mir am Ende gar nicht schmecken. Und dann müsst ihr auch einfach nur euer Muffinblech oder eure Muffinförmchen sozusagen befüllen. Ich habe jetzt hier so ein Blech genommen, weil das finde ich immer am einfachsten funktioniert. Da gehen aber auch solche Silikonförmchen, braucht man gar nicht so ein Muffinblech, weil ihr sowas nicht habt. Und dann befüllt ihr die einfach. Ich würde sagen, da ja kein Backpulver drin ist, könnt ihr es schon relativ voll machen. Die werden halt nicht so krass aufgehen. Aber ja, ich wusste nicht, wie das Ganze aussehen wird. Deswegen habe ich es erstmal so zur Hälfte gemacht und dann den Rest so mit Himbeeren befüllt. Und da muss man auch sagen, die Himbeeren sind ja sehr nass. Das heißt, die Muffins werden am Ende auch relativ nass, wenn man sehr viel Himbeeren nimmt. Einfach so ein bisschen mal ausprobieren, was so eurem Geschmack entspricht. Ja, und dann kommen die schon in den Backofen, so circa, ja, Viertelstunde bei 180 Grad. Und dann sehen die auch schon so aus und sind wirklich mega, mega lecker. Hierfür braucht ihr einfach auch nur eine Banane, dann wieder zwei Eier, eigentlich praktisch wie beim letzten Rezept. Und noch Zimt, obwohl man sagen muss, Zimt ist eigentlich auch optional. Nur, ich kann euch versprechen, dadurch wird das Ganze noch viel leckerer. Und ihr müsst auch wieder nur ganz einfach die Banane so ein bisschen zermatschen. Das geht halt, wie gesagt, am besten mit einer Gabel. Da könnt ihr natürlich erstmal, eine Banane, finde ich, reicht halt für eine Portion. Ihr könnt natürlich auch noch mehr nehmen, kommt darauf an, wie viel Hunger ihr habt. Ich finde, da muss man immer ein bisschen ausprobieren. Und dann kommt auch schon das Ei dazu, beziehungsweise die zwei Eier. Und ich finde, auch ein Ei reicht, aber irgendwie wird das Ganze noch so ein bisschen fluffiger, wenn man zwei Eier hat. Und ja, dann müsst ihr jetzt auch wieder nur so vermengen, einfach so ein bisschen verquirlen zu einer Masse. Und ich finde, da ist es relativ wichtig, dass die Teig-, also beziehungsweise die Bananenstücke so ein bisschen zermatscht sind, weil sonst hat man halt sehr, sehr viele Stücke nachher im Teig. Und ja, dann könnt ihr damit auch schon sozusagen Richtung Pfanne laufen, also die schon mal vorheizen. Und dann halt, wie gesagt, gerne noch Zimt dazu. Das ist halt optional. Ihr könnt auch Vanillezucker nehmen oder Agavendicksaft oder so, halt zum Süßen. Aber Zimt, finde ich, macht das Ganze nochmal so richtig besonders. Und dann müsst ihr das Ganze einfach nur in der Pfanne anbraten. Ich kann euch übrigens empfehlen, das mit Kokosfett zu machen. Das schmeckt nämlich nochmal besonders lecker und ist auch sehr, sehr gesund. Und ja, dann könnt ihr das Ganze noch verzehren. Ich hatte jetzt hier Erdbeeren, Agavendicksaft und Kokosraspeln. Und das schmeckt wirklich so, so lecker und ist wirklich eine super gesunde Alternative zu normalen Pancakes. Das ist wohl wirklich das einfachste Rezept ever. Und zwar braucht ihr nur eine Avocado, zwei Eier und irgendwelche Kräuter. Da reicht zum Beispiel auch Salz und Pfeffer oder so. Also einfach, was ihr so mögt. Auf jeden Fall müsst ihr einfach nur die Avocado halbieren. Am besten macht ihr es ganz vorsichtig und dann müsst ihr ganz vorsichtig den Kern rauslösen. Dann müsst ihr das Ganze nur so ein bisschen noch aushöhlen. Das Avocado-Fleisch könnt ihr natürlich noch gerne essen. Das schmeckt nämlich sehr lecker. Und dann kommt auch schon ein bzw. zwei Eier da rein. Dann müsst ihr ganz vorsichtig sein, weil das Eiweiß wird wahrscheinlich rauslaufen. Deswegen ist es am besten, wenn ihr so eine Auflaufform nehmt, wo halt das Eiweiß mit runterlaufen kann. Und dann müsst ihr es einfach nur würzen. Wie gesagt, ich finde solche Kräuter richtig lecker. Und dann kommt das Ganze einfach für so 10 Minuten in den Backofen. Und dann habt ihr sozusagen ein Spiegelei in der Avocado. Das ist wirklich mega, mega lecker. Und mal ein herzhaftes Frühstück. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr lieber der süße oder der herzhafte Typ zum Frühstück seid. Bei mir ist es definitiv süß. Wie ihr vielleicht schon auf Insta-Stories und so mitbekommen habt und auf Snapchat. Übrigens müsst ihr mir da unbedingt folgen, falls ihr noch mehr so von meinem Leben sehen wollt. Und schickt mir auch gerne da Fotos, wenn ihr irgendwas von den Rezepten nachmacht. Wenn ihr noch einen weiteren Teil sehen wollt, vielleicht auch so für Snack-Ideen mit nur ganz wenigen Zutaten, mit nur 2 oder 3, wie auch immer. Dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder schreibt es in die Kommentare. Vielleicht ist das eine coole Idee für Back to School. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!